Hey Leute, ich bin's Loco und heute wieder mit... Und heute sind wir wieder kriminell, wir zeigen es der Polizei wieder so richtig. Habe ich auch schon viel Gold machen, aber die habe ich von dem Privatserver, wenn ich ehrlich bin, Leute. So, vergesst nicht zu abonnieren und liken und zu kommentieren und die Glocke zu aktivieren und viel Spaß beim Video, Leute. So, ich verkaufe hier nochmal eben mein Gold und dafür kann ich mir nicht mal eine Sniper finanzieren. Ich kaufe sie mir trotzdem, Leute. Äh, okay. Will direkt Stress, siehst du das? Äh, kann direkt gleich zum ADAC. So, was geht denn? Wollen wir erstmal Juwelier vorbeischauen, das ist einfach so ein Alarm auszulösen auch. Da hat auch alles angefangen, erinnerst du dich? Auf dem Dach vom Juwelier, Leute. Also, ich seh da auf jeden Fall Polizisten. Äh, 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 äh. Der ist ja voll am Lägen, was geht ab bei dem? Ja, und der eine ist auf jeden Fall K.O. Oh, yeah, Leute, das sind sehr gut. Auf sein Auto schießen, auf sein Auto schießen. Auto ist kaputt. Also, eins zumindest. Nein, nicht hoch holen. Und der raubt hier in Ruhe den Juwelier aus. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall treffen können. Okay, ins Auto, ins Auto, ins Auto, Wimo. Mein Auto ist verbuggt. Oh Gott, lass uns irgendwie ein bisschen flüchten, glaube ich. Ein bisschen Abstand gewinnen. Hier hinten bei den Zügen. Lass mit dem Zug flüchten. Wir flüchten. Äh, Leute. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Oh nein, oh nein. Oh. Oh, schnell. Oh, los, noch schnell rein. Ja. Okay, Zug verlos, verlos, Zug. Zug verlos. Ja, Leute. Oh mein Gott. Sie haben es nicht mehr bekommen. Ja. Oh. Ja, aber er kann ja auch nicht lange mitfahren. Nee, aber nur einer. Oh mein Gott. Oh. Mein Herz. Ich habe noch eine Bombe. Ich habe noch eine Bombe. Wir können hier eigentlich gleich schnell... Ja, stimmt. Jetzt, jetzt. Oder? Nee, jetzt müssen wir über den Zaun. Ja, lass hier. Ja, ja. Okay, okay. Damit ihr uns nicht seht. Oh. Leute, wir werden wegrennen. Oh mein Gott. Hast du noch genug Energydrinks? Ich nicht. Okay. Oh, es geht so. Erstmal schnell Waffen nachladen, alle. Oh, stimmt. Du hast recht. Oh, ich habe gar keine Munition mehr eigentlich. Oh, oh. Warte mal, muss... Dealer ist hier vorne links. Hier vorne links ist einer. Okay, okay. Aber da kommen wir auch gut an der Polizei vorbei. Außer wir laufen hier so zwischen. Ja, ich glaube, ich gehe hier mal noch einen weiter. Oh, ich muss jetzt... Ja, okay. Oh, da kommt das Auto, glaube ich. Ich glaube, ich habe ein Auto gesehen. Ja. Lass uns lieber auf die Container kurz. Wir haben... Achso, doch. Wir haben doch Leiter. Wir sind doch kriminell. Ja, ja. Ich bin hier auf der... Ich bin oben drauf. Okay, ich bin auf andere hier. Ja, ich sehe dich. Ich sehe deine Leiter. Aber ich glaube, die... Ich glaube, die verfolgen den Zug weiter. Ich glaube, die haben... Ich glaube, die checken das gar nicht. Oh mein Gott. Jetzt dürfen wir hier aber nicht runterspringen. Oh nein. Oh, leck. Oh, warte mal. Bei mir ist gerade... Oh, stimmt. Du läufst auf der Stelle gerade. Bei mir ist gerade ganz Katastrophe. Hallo? PC? Oh nein. Okay, ich höre dich. Hörst du mich noch? Oh nein. Oh, ich bin roter gefallen. Ja, ich höre dich noch. Okay, okay. Oh nein. Oh, ja, ja, ja. Gerade nicht gut. Oh, Leute. Ich bin wieder da. Oh Gott. Das war aber komisch gerade. Ey, meine ganzen Kekse. Seitdem die das geupdatet haben. Ich bin auch so K.O. Ja, übelst. Übelst. Richtig schlimm. Sehr schlechtes Update. Oh, richtig gut. Auf jeden Fall. Item nachfüllen. Oh, ich bin richtig kau. Ich brauche Automaten. Wir haben kein Auto. Vielleicht sind da Kekse drin. Das wäre gut. Ich habe noch einen Kekse. Jetzt habe ich gar keinen Kekse mehr. Das ist ein ärgerlich jetzt, dass wir das Auto haben. Äh? Hat dir zufällig irgendwer geschrieben? Vielleicht können wir ein Taxi rufen. Nein, dann nicht. Nee, bei mir auch nicht. Aber Lami Roblox. Der kennt uns bestimmt. Den Namen habe ich schon mal gehört. So, alles klar. Den Namen habe ich schon tausendmal gehört. Ja, stimmt. Allerdings. Plotzt du dir schon mal eine Bombe hier? Ja, ich laufe. So. Alles klar. Leute. Gleich eine Meldung. Let's go. Okay. Geld und Energies. Ich glaube, ich hätte den anderen Konziner mal mitnehmen sollen. Da sind bestimmt Kekse drin. Ja, egal. Habt ihr noch irgendwas dahinten? Automat zufällig? Nee, auch nicht. Oh Mann. Sehr gut. Klaut ihr eine Energy? Ja, kannst zwei haben. Oder drei. Zwei, ja. So, ich gehe schon mal wieder unten in Position. Ja, laufe, laufe. Da ist es jetzt erstmal wieder. Wir können ja mal beim Zug gucken, wann der kommt, Leute. So sieht es aus. Einfach mit dem Zug zurückfahren. Wir haben heute ein Auto gesichtet. Aber ich habe schon wieder keine Energy. Oh, Leute. Ich habe nur noch acht Energies. Vielleicht kann er uns mitnehmen. Oh, hoffentlich kann er uns mitnehmen. Äh, halt die Nahten schnell. Hallo, ich witte mal. Hallo, kannst du das bitte mal sehen? Oh, gleich, gleich stehe ich da fünf Polizisten raus, Pimo. Das ist ein großer Van. Kannst du uns mitnehmen? Hallo, steig einfach ein. Ich gucke mal. Bewegt sich nicht. Nicht, dass der AFK ist. Der hat sich gerade noch bewegt, glaube ich. Oh nein. Ja, dann nicht. Da fangen wir an mit dem Zug. Okay, schnell gucken. Juh. Der ist über eine Haltestelle, Leute. Da vorne ist die Anzeige. Wir müssen aber noch ein bisschen näher. Obwohl mit der Sniper hätte man vielleicht gucken können. Aber das ist ein Bus, lol. Einer Minute kommt der Zug. In einer Minute. In einer Minute. Ja, sehe ich auch gerade. Stimmt. Ah, jetzt bewegt sich der Band auch. Ey, lol. Polizei? 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 Okay, fährt in den Tunnel. Ganz entspannt. Sehr gut, sehr gut. Oh, Gottes Willen. Der Zugang. Jo. Oh, ist ja cool. Diesmal kann man sich ein bisschen darauf verlassen. Ist ja richtig nice. Ja, genau. Hallo. Hallo. Wir wollen wieder zum Jubiläer. Hä, das hat ja voll gut geklappt jetzt. So ohne Auto so, ne? Es waren ein paar Energies gekostet, aber... Jo. Ab geht's zum Jubiläer wieder, Leute. Oh, ich höre Schüsse. Oh, ja. Ich höre auch direkt schon. Vielleicht chillen die noch alle bei unseren Autos. Ja, wirklich? Denken sie sich so, wann kommen die? Die haben bestimmt unsere Reifen kaputt gemacht. Ja, safe, glaube ich. Oh nein. Da steht wirklich noch Sirenen. Oh, oh. Alter, die sind ja noch voll da. Ja, wir springen raus und schießen die K.O. Direkt den hier vorne. Warte, wir warten, bis der Zug steht. So, Überraschungsmoment. Dann haben wir hier auch Schutz. Okay, und raus. Okay, okay. Einen haben wir. Den einen haben wir. Der ist einer auf meinem Auto. Zweiten. Okay. Lamy, den Lamy-Typen. Da hinten, da hinten. Da steht noch einer mit deinen Haaren, lol. Der ist laut. Lol, okay. Jetzt steht noch einer. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Oh, hier ist einer, hier ist einer. Oh nein. Was? Wer hat mich denn jetzt getroffen? Ich bin K.O. Ja. Pass auf. Oh, das sind zwei. Oh, es sind... Ja, es ist noch einer hinter dir. Gar nicht gut, gar nicht gut. Pass auf, pass auf. Du hast es geschafft. Du hast... Da kommt ein Neues. Da kommt ein Neuer. Da kommt ein Neuer. Bimo, rasiert die gerade. Alter, die haben alle auf uns gewartet. Die haben wirklich alle auf uns gewartet. Der hat keine Chance. Oh Mann, ey. Oh Mann, der ist haunt ab. Der haunt ab. Oh, der heilt die auch hier permanent. Das ist ja voll unfair. Wir müssen ja auch eine Chance haben. Heilt doch lieber uns. Der eine lebt wieder. Alles klar. Oh, pass auf. Der überfertigt. Uiuiui. Das wird zu schwierig. Alter, drei leben wieder. Alter, das ist doch zu hardcore. Vier. Fünf. Fünf Stück. Ja, fünf Stück. Das war super viel, ey. Oh mein Gott. Ich bin direkt offline gegangen. Mal gucken, ob ich jetzt im Knast bin oder nicht. Ich bin im Knast, Leute. Ja, ich habe mir auf was gedacht. Dann im Knast. Warten wir mal eben. Jo, Leute. Ihr habt noch gar nichts gemacht. Und ich verfolge schon zwei Polizei, Leute. Drei. Junge, was geht hier ab? Bibo, wir sind doch auf dem selben Server. Schieß doch so auf die Welt. Ihr könnt gar nichts machen. Tee, Leute. Ich draußen stehe. Also, ich habe sechs Polizisten an den Fersen. Ey, dieser leckende, komische Typ da. Ich habe ihn, ich habe ihn. Komm, ich komme. Pass auf, der ist übel am lecken, der Typ. Oh, da ist hier vorne direkt einer. Pass auf, Bibo. Hilfe hier. Ich bin fast da. Oh, er ist down, er ist down, er ist down. Oh mein Gott. Ja, der hat sich, glaube ich, gesnipet kurz. Ja, wahrscheinlich kann sein. Oh, ich habe gar keine Kekse mehr. Ja, das wird ein Kampf jetzt, Leute. Oh, ich hoffe, die Leiter verschwindet bald. Ja. Irgendwo ist da ein Sniper wieder? Habe ich jedenfalls gehört. Ich stecke mich damit da. Ach, da hinten. Da hinten beim Auto. Da hinten beim Auto. Da. Mein Auge, Juck. Ich habe ihm einen Schuss gegeben. Welchem Auto? Ach, da. Da hinten. Ja, ja, ja. Und irgendeiner ist hier gestiegen geblieben, glaube ich. Ich checke mal kurz. Okay. Schickt die Lage da hinten, da ist ein Auto. Nein, 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 ich habe gezittert, Mann. Okay, warte. So. Er muss nur einmal kurz wieder gucken hier. Na? Komm schon, Kollege, komm schon. Zeig dich. Einen habe ich. Lade ich nochmal schnell nach hier. Komm schon, zeig dich doch mal jetzt. Hab nicht so Angst. Okay, der eine SCK wird gerade wieder hochgeholt. Ja, der ist jetzt rausgestiegen. Haben wir, haben wir. Noch ein Auto, noch ein Auto. Ja, der eine ist K.O. Ich treffe den Sniper da hinten. Den nächsten haben wir auch. Der SCK, der fährt? Ja, hier vorne hin. Ich schieße mit Dings. Oh nein, ich habe, oh nein. Der eine, der hochgeholt wurde, der hat mich... Ja, ich habe ihn, ich habe ihn... Bist du K.O., K.O.? Oh nein. Oh, ich glaube, der ist auch am Leggen, weil ich treffe den auch nicht. Also habe den auch nicht direkt getroffen. Ja, ja. Ach, Mann, der kommt hier doch gar nicht hoch. Nee. Okay, der zweite SCK steht auch wieder. Oh, gar nicht gut, Leute. Oh, keine gute Aussichtssituation, Leute. Ja. Okay, der kommt hoch, der kommt... Nee, doch nicht. Er snipet, er snipet von da unten. Ich sehe niemand anderen sonst. Ich habe aber noch einen Schuss gehört. Kannst du einen Notarzt rufen? Geht das? Wenigstens ist das da oben irgendwie. Ja, ich gucke mal, Notarzt, äh, Feuerwehr, hier oben. Ja. Ja, habe ich. Sehr gut. Okay, ich muss mir ein bisschen... Irgendwo wird auch noch geschossen und ich habe fast keine Munition mehr. Schreibe mal, hallo, Notarzt. Mann, ey, jetzt bin ich einfach hier die ganze Zeit. So langweilig. Oh, Mann, ich versuche den anderen... Der snipet ist unter dem... Der snipet ist unterm Schirm? Ja. Okay, ich glaube, er kommt hoch. Das soll er sich mir trauen. Nee, nee, doch nicht. Er steht nur da. Ja, ich warte ein bisschen kurz. Bisschen ich kurz. Ah, jetzt fährt er weg. Okay. Äh! Von irgendwo anders? Oh, oh. Wurde ich gesnipet? Ganz hinten. Ach, da vorne, glaube ich. Läuft. Wie weit hat er denn geschossen, Alter? Okay, wo ist er? Habe ich einmal getroffen? Ja. Der kommt näher, der kommt näher. Hab ihn. Ja, du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Der andere steht wieder. Okay, ich glaube, ich muss versuchen, offline zu gehen einfach. Ich warte noch, bis der eine da losfährt und dann... Äh, ich versuche, den noch hier nochmal zu erwischen, so. Ja. Oh, ey, die kommt hier nicht hoch. Oder hat die eine Leiter? Ich glaube nicht, ne? Warte, ich versuche mal. Wenn die sich verpissen, dann könnte ich... Äh, wenn die gehen, dann könnte ich... Könnte ich hier hoch, aber... Aber ich glaube, die sind schon weit weg. Ach, wohl, es ist echt noch nicht so weit. Aber ich kann die halt echt nur die ganze Zeit... Wie lange hast denn du noch? Äh, eine Minute 40. Ja, wir ziehen das durch, wir ziehen das durch. Nein, nein, warte, warte, wir killen die so lange, bis die... Okay. Ja, woher... Nein, jetzt wurde ich auch erwischt. Von wem, von wo? Ah, auf dem Dach, der Bank. Ja, wir gucken mal. Leute, was? Ey, ich wurde direkt getasert. Ich wurde direkt getasert. Nein, wo bist du? Bist du bei der Bank? Ich habe mich hier angeschlossen. Ja, ich wurde hingesetzt. Gefängnis? Hä, wieso bist du da? Macht doch gar keinen Sinn. Ach so, wieso bist du da hingegangen? Ja, okay. Ja, ich wurde hingesetzt von einem SDK-Trib. Ich sitze hier vor der Bank. Wenn du Waffen... Hast du noch Waffen und alles? Hä, warum bist du von der... Gefängnis? Hä, was ist das? Egal, der war mit, kill ihn. Ja! Ja! Ich wollte gerade sagen, es ist ja egal. Ja! Sehr gut! Jetzt habe ich nur noch ein Problem, dass ich hier sitze. Tee, ich hoffe, er verlässt gleich. Ich muss den immer wieder erledigen, einfach. So, ich habe geschrieben, B auf, Leute. Ja, ey, was bist du? Hey! Was spricht der denn? Oh, nein! Nein, Leute! Mich hat einfach ein krimineller SDK hier abgeknallt. Die sind, glaube ich, von der Gang. Ach, Mann, ey. Von... Alter, was für Gang, Mann. Das ist ein Kindergarten. Ich wollte doch nur so sagen, entspannen sie sich. Das denn, alter Junge, er knallt mich einfach ab, ey. Während ich neben ihm stehe und nässig bin. Ja, vor allem, was ist er für ein 31er, ey? Er ist ein wichtiger 31er, wenn wir mal eben so ein 31er sein. Aber jemand holt sich hoch, aber ein 30er steht auch wieder? Ja, ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, und den lässt er da jetzt. Und den lässt er jetzt da bleiben, oder was? Schade. Ja, Leute, so wird das auch schnelles Ende. Zu schnell landet man wieder im Gefängnis. Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt rausgehen soll, oder nicht? Leute, ich hab gar nichts gemacht. Guckt euch an, wie viele hier rumstehen. Oh, Mann, ey. Oh. Leute, ihr sagt immer, dass wir mitkommen. Okay. Den Sassi-Tanz, er tanzt den Sassi-Tanz, Leute. Oh, cool. Ich hab den leider nicht. Party, Leute. Die Sassi-Tanz habe ich auch. Voll cool. Voll cool. Wie heißt der eigentlich? Wie nennt sich der? Wie nennt sich der? Leute, ich bin euer Bankangestellter. Wieso, wenn sie mir 8000 geben, verdoppelt sich ihr Geld in 24 Stunden, Leute. Versprochen. Nein, Spaß. Nein, Spaß, Leute. Das war ein Witz. No. Simp. Müssen wir den Leuten ihr Geld zurückgeben? Simp. Simp. Simp, simp, simp. Ich hab auch keine Waffen, ich fang wieder bei Null an. Nee. Guck mal, ist hier gerade ein Dealer? Nee. Oh Mann. Und direkt wieder geblitzt, Leute. Da ist auch kein Dealer. Hier ist aber einer. Oh, ich stehe uns doch nicht hier im Weg. Was soll das? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, ich hab eben ein paar Spenden gekriegt. Ich hab mich an der Bankschalter hingestellt. Ich habe jetzt so selten benutzt. Ich benutze die mal nicht mehr. Lass uns mal die Bank ausrauben. Vorsichtshalber. Nimmst du eine Bombe? Soll ich eine Bombe nehmen? Ich hab auch eine. Oh, jetzt hab ich auch eine. Egal, aber zwei Leute. Einmal die Bank ausrauben. So, lass uns nicht davon demotivieren, dass wir in den Knast gekommen sind. Nee. Wo wir aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt wieder auf dem anderen Tower. Und schnappen uns jetzt hier erstmal die Bank. Ich glaub, das war aber schon Polizei. Da kommt schon der erste Polizeiwagen. Egal, nein, nein, nein. Lauf schon mal vor. Ich halte hier kurz Stellung. Ich checke mal, ob man die Bank über und ausrauben kann. Oh ja, das... Ja, okay. Okay, es kommt einer rein. Okay, ich hab schon direkt Warnschüsse abgegeben. Okay, okay, okay. Ich fang schon mal an hier. Okay, okay. Ja. Hier kommt ein anderer rein. Ja. Okay. Okay, egal. Ich komm jetzt erstmal rein. Da kommt jemand, bevor der nämlich unsere ganzen Sachen klaut. Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Genau, soll der mal die Tür aufmachen lieber. Ist so. Genau. Aber jetzt fängt er an aufzusammeln hier. Ah, doch nicht, oder? Hä? Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Geldpotteln kann er von mir aus haben. Äh. Okay, ich... G-Position. Alles klar, ja, das ist er da. Oh, kaum was gekriegt hier. Der läuft raus. Da kommt noch einer. Ja. Okay. Ich hab platziert. Wir können auf... Nein! Ich bin K.O. Tch. Echt? Ja, er bin echt. Also, weiß ich. Ich geh erstmal hier hoch. Ja. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt hoch. Er klettert. Ja. Er ist noch ein Polizist. Ja, er ist runtergerollt. Da könntest du noch... Der hat halb leben. Den erwischst du auch noch. Easy. Noch ein Polizist. Der ist full live. Oh, okay, okay, okay. Aber einer, der kommt... Der steht unten jetzt gerade. Vielleicht könntest du ihn von oben auch erwischen. Ja. Schwierig, schwierig. Der zieht, glaube ich, auch gerade. Ah, okay. Einer kommt hoch. Einer ist K.O. Ja, ja, ja. Ich konnte ihn abknallen. Ja, einen hast du. Der andere hat sich schon ausgelockt. Da kommt noch einer. In der SEK. Aber der steht draußen an der Tür. Jetzt gehen beide raus. Ja, okay. Beide gehen raus. Der Polizist liegt mit mir hier drin. Sonst hätte ich mich ausgelockt. Den sehe ich noch. Den sehe ich noch. Hehehe. Den dreht sich so die ganze Zeit. Ja, ich kann mich auch drehen. Nee. Hol mich jetzt erst hoch. Ja. Der Notsatz holt mich jetzt erst hoch. Okay, okay, okay. Ehre. Nein. Oh, nein, nein. Mich zuerst. Nein. Ich brauche, dass ich so ein Soll. Och, nö. Gar nicht gut. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Muss. Muss ja eine Chance haben. Ehre. Okay. 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 Okay, Leute. Das ist gut. So, vorsichtig. Ich bin Polizist, sagt er. Ja, ich muss ihn auch direkt wieder erledigen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay, der steht wieder. Und ich lasse dich, sagt er. Ja, nee, das riskieren wir nicht. Hol erstmal hier. Ja, er holt ihn wieder hoch. Ja, das ist jetzt schlecht. Okay, ich flüchte auch hoch. Ja, ja, genau, genau. Hilf mir doch zuerst. Boah, die hast du aber doof platziert. Oh no. Oh, jetzt, ich, ich hab Probleme, glaub ich. Warte mal kurz. Ich kann auch nix sehen. Ich lieg hier so doof. Ich kann gar nicht sehen. Ich muss hier mal ganz kurz die Bombe platzieren. Ja. Leute, er steht noch, er steht noch. Ja, das ist okay. Ich flüchte hier rüber. Äh, jetzt hat er mich. Ich dachte, er lässt mich in Ruhe, hat er gesagt. Oh, hier draußen steht auch ein Polizist. Ich wollte flüchten. Ja, ja, ich lieg hier im Loch. Ja, ich seh mich. Aber Lothar steht bei mir, also. Aber Fanny, ja, ja, ja. Essek steht aber auch draußen. Ja, ja, es wird eng, aber er macht auch nix. Lustig. Oh, stehen bei dir welche? Bei mir stehen sie voll, ey. Ich könnte versuchen, er zu sehen. Er lacht. Pech, wenn du kämpfst. Wo hab ich gecampt? Ich wollte flüchten. So. Du, er klettert sogar zurück. Okay. Äh, lol. Äh, was ist seine Mission? Okay, er nimmt mich mit. Gucken, was passiert. Leute, ich hab mich mal ausgeloggt. Äh, mal gucken, was jetzt passiert. Aber das hat bei mir schon mal geklappt. Also, ich konnte schon mal wieder einfach... Ja, einer hat bei mir kommentiert. Einer hat kommentiert, weil du ein Handschick warst. Mal gucken. Äh, lief wohl nicht so gut, Leute. Ups. Äh, ja. Ich bin im Knast. Verdammt Axt, Leute. Verdammt Axt. Guck mal, ich spiel mal ein bisschen Fußball hier. Äh, ich komm gleich auf. Ich bin gleich auch da. So. Jetzt verhaftet er mich endlich mal hier. Hat aber auch lange noch gedauert jetzt hier. Ganz ehrlich, wir waren nur zu zweit. Ja, ehrlich. Äh, äh. Da bin ich auch schon. So. Oh, Loco ist auch... Äh, Loco ist auch am Start. Loco und Bivo sind am Start. Äh, äh. Äh, das ist mein Tor. Nein, hier kriegst du keins rein. Äh. Nein. Und dein Tor. Oh nein. Oh Gott. Und. Ja, ja, der mal rollt. Schaut in die Beschreibung. Da findet ihr alle wichtigen Links. So wie Bimo Channel und Loco Channel. Wir sehen uns im nächsten Video. Hab viel Spaß. Tschüss Leute. Tschüss. Bye bye.